Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und ich muss sagen, wir sind alle irgendwie bunt angezogen, diese Runde. Und ein Survivor hat sich übrigens diese Map gewünscht. Ich weiß nicht, was diese Person geritten hat, aber diese Map wurde sich gewünscht. Ich finde, bei der Map ist es oft so, wenn die sich gewünscht wird, dann vom Killer. Und meistens, weil es ein Spiegelmeiers ist. Guck mal Lee an. Pink, lila, grün. Die Grün ist auch ein bisschen pink angezogen, glaube ich. Die Lea hat hellblaue Haare. Ich kenne doch gar nicht auf, wenn ich hier stehe. Judy muss sich erst mal ein bisschen erholen. Ich würde mich wegkriechen. Sie werden nicht wegkriechen. Das ist auch wow. Ohne Menschen. Wir言's nicht. Wir gehen nicht. Wir werden nicht. Wir suchen uns nicht stolz. Und wo ganz alt ist. ja gut ich wollte es vorsichtig machen aber wenn sie reinrennen möchte was macht eigentlich mehr ich mache jetzt den generator an 3 2 1 jetzt da la 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 also wenn das so weitergeht ich weiß gar nicht wie viele runden ich schon weggeschmissen habe dann gibt es eine dbd pause weil ganz ehrlich ich habe keinen bock drauf euch nur noch runden zu zeigen die einfach oberkacke sind und sie ist wieder hier sie hat aber nicht auf uns geschossen das leuchtet zwar nicht aber vielleicht leuchtet es irgendwann mal weil man natürlich sagen muss ja haben sich gegenseitig ab aber wir haben erst drei haken ich glaube ich bin einfach gerade zu frustriert von dbd weil ich nur kunden habe und eigentlich ist die runde vielleicht gar nicht so schlecht aber ich bin so ich habe nichts gesagt ich sehe ja wenn ich dass die eisere jungfrau hat irgendwo in der nähe des haken ich habe keine geliehene zeit okay sie hat sich sterben lassen tschüss leute ich bin aber sowas von raus das könnt ihr wissen arrivederci tschüss ups jetzt ist die noch umgefallen meine herren das hat jetzt ewigkeiten gedauert bis ich endlich eine runde habe wo ich entkommen bin tschüss 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 guckt euch die punkte an ich habe halt nichts gemacht die runde ist mir kackegal ich bin rausgekommen so tschüss leute danke fürs zugucken und ich bemühe mich bis zum nächsten mal wieder ein bisschen von meinem rage thron runter zu kommen aber aktuell ist dbd voll katastrophe und ich muss schauen ich hoffe es bessert sich sonst muss ich irgendwie einen anderen weg finden wie ich mich wieder beruhige also machs gut tschüss und bis zum nächsten mal bye bye und bis zum nächsten mal